Hi, ich bin Dominik Schweiger, ich wohne in München und leite die Studierendenbewegung Campus Connect. Und ich bin ein Autor der The Chosen Experience von dem Workbook. Das ist ein Workbook, was man nutzen kann, um die Inhalte der Serie The Chosen zu vertiefen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diese Serie irgendwann von einem Freund empfohlen bekommen und gemeinsam mit meiner Frau angeschaut und danach haben wir oft auf dem Balkon noch über die Inhalte geredet und uns ausgetauscht in der Bibel, mal nachgelesen, wie das war, noch ein bisschen gegoogelt zu verschiedenen Themen, die da angerissen wurden und ich habe viel mehr durch diese Serie noch mal einen Zugang bekommen zu der Welt von Jesus damals und wie er Leuten begegnet ist, was das für sie innerlich ausgemacht hat und habe mir überlegt, was bedeutet das für mich, wie begegnet mir Jesus eigentlich? Und in diesem Austausch, in diesem Verarbeiten, da ist es eigentlich super cool, wenn man ein paar Fragen hat, die einem da weiterhelfen, wenn man Leute hat, mit denen man darüber reden kann und ein bisschen Hintergrundwissen. Und das haben wir in der The Chosen Experience eigentlich zusammengestellt. Man kann es in einer kleinen Gruppe einem ganz normalen Hauskreisformat irgendwie nutzen oder auch für sich alleine als kleines Tagebuch, Gebets-Tagebuch nutzen, einfach um die Inhalte der Serie zu vertiefen und dem noch mal ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, weil da steckt so viel drin, wenn man es einfach nur einmal anschaut, ist man super begeistert, aber verpasst die Hälfte, würde ich sagen, von dem, was da einfach drinsteckt. Deswegen, wenn es dir Spaß macht, sich mit Serien, mit Filmen auseinanderzusetzen, sich mit Jesus auseinanderzusetzen und du dich gerne mit Leuten darüber unterhältst oder einfach tiefer dann noch gehst, selber persönlich, dann kauf dir noch heute deine The Chosen Experience in unserem Onlineshop.